Hallo und herzlich willkommen zu Anime Crossing New Horizons. Nun sind wir bei Part 11. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, nun starten wir mit dem neuen Tag. So, Melinda wird gleich schon was und zwar Hallo liebe Bewohner. Es ist Donnerstag auf Hyrule. Okay, hier nun das neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Oh, ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Hyrule so besonders macht. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. So, und in meinem Programm müssten wir auch wieder einweihen. Ich habe mir jetzt Asienzäune gekauft und hier ist auch schon mal eine Bestellung. Hallo, vorn klingelt. Hallöchen, Hennep aus Nukes Laden am Apparat. Kein Verkaufs-Pistengeld, ja. Gut, das habe ich gestern Abend noch genutzt. So, hier haben wir jetzt die neue Musik. Wir haben jetzt Besucher aus dem Campingplatz. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was ist der denn drin? Unser erster Gast. Günder? Nein, der drin ist nicht. Der steht vor dir. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dein Campingplatz so prominent eingeweiht wird. Was? Du bist doch einer von den Einheimischen, oder? Ja, ich sehe sowas auf den ersten Blick. Ich wage es sogar für Herz sagen, dass du einen Besuch hier sehr genießen willst. So, haben wir den auch mal besucht. Dann gucken wir uns mal rasch die neue Brücke mal an. So, jetzt wo es regnet, kann man endlich auch Flusskrebs fangen. Ich glaube, die kommen nur in Regen ist. Genau, da oben ist die neue Brücke. Aber gucken wir mal, was der gute Noob zu bieten hat. Auch schon da alles verkauft. Schon wieder alles verkauft. Okay. Die Brücke muss noch ersetzt werden. Dann anhören wir mal. Ich muss... So, ich weiß auch vor allem jetzt, welche Fische mir noch fehlen. Ich habe gestern mal mit jemandem einen Vergleich gemacht. Mir fehlt noch ein Döbel und der Thunfisch fehlt mir noch. Ah, verdammt. Die fehlen mir noch. Geben wir ihm einen schönen... Ah, ups, ich wollte das Holz nicht geben. Verdammt. Ich wollte ihm den Kaiserchen aber geben. Au. So, die Bewohner sind bei guter Laune, wie ich sehe. So, wollen wir erst mal die Materialien mit raus. Die sind mir nicht sehr wichtig. Und damit die guten Mineralien. So, was sagen denn die Meilensteine? Machen wir Fische, baue was her, also stelle was zusammen, fange einen Hasel. Das wird natürlich kein Problem sein. Wow. So, da unten war noch ein Steinchen. So, war es natürlich auch noch. Ich wusste, dass man hier auch sogar noch sich mit Bambus-Dingel kriegt. So. War da noch der eine Steinchen? Er war doch immer so ein Stein. Aber hier liegt der Stein. Genau. Das ist sehr auch nicht. Wir haben ja noch die Bronfen. So, reden wir mal noch mit dem guten Freund. Ah komm, geben wir ihm das Holz, ah. So. So, wir werden gleich mal gucken, was wir noch machen können. Ah, fettes Hallo mit der Verbände, ist ja bereits unser Ensemble, ich sage heute aber. Heute ist unser erstes neues Gesicht. Auf zu kämpfen. Hat man Worte? Das hab ich schon. Ah, erst mal werde ich niemanden überreden. So, was soll ich tun? Erst mal die Einweihung feiern, würde ich sagen. Mal gucken, ob der Neue auch mit dabei ist auf dem Campingplatz. So, ich hab auch sogar ein neues Outfit, wie ihr seht. Das Outfit dürfte euch sicher was sagen. Ja, Mann, stell dich mal dahin, wen. So, was natürlich noch sehr, sehr wichtig ist für euch, wenn ihr gerne euren eigenen Designs haben möchtet, so wie jetzt ich zum Beispiel. Das ist ganz einfach. Und zwar geht auf euer Noob Phone. Dann geht ihr hier auf Designs. Und hier könnt ihr eure eigenen Designs herunterladen, indem ihr einfach auf den Playstore geht, über euer Handy. Und da müsst ihr die Nintendo Switch Online Code, also die App, sorry, die Nintendo Switch Online App, einfach runterladen. Dann könnt ihr eure eigenen Designs herunterladen. Hier habe ich zum Beispiel mein Link Muster. Ich zieh's mal an. So. Und hier zum Beispiel als Link gekleidet. Aber ihr habt halt nur begrenzt Slots. Ihr habt halt nur die Slots, die hier alle zur Verfügung stehen. Um euer Designs zu machen. So. Genau. So sieht das dann quasi aus. Da könnt ihr immer nur eins herunterladen. Sehr wichtig. Wenn ihr dann im Internet irgendwo guckt und diesen QR Code einscannt, könnt ihr immer nur eins machen. Das ist ganz wichtig. Gucken wir mal, dass wir vielleicht diesen Dürbel mal kriegen. Der Dürbel ist irgendwo am Fluss. Und der Thunfisch ist im Meer. Gucken wir mal hier. Das ist zu klein der Fisch. So. Hier haben wir gleich mal zwei Fossilien. Oh, oops. Golderz ist das wertvollste. Mit dem Golderz kann man am Ende die goldenen Sachen erstellen. Goldene Angel kriegst du erst nachdem du alle Fische gefangen hast. Goldene Kesha, wenn du alle Insekten gefangen hast, die Wackelaxt, wenn du 100 Wackelaxte zerstören tust, also verarbeitet hast, dann kriegst du da die goldene Sache, die Schleuder kriegst du, wenn du glaube ich 500 Geschenke runter schießt vom Himmel und die Gießkanne kriegst du, wenn du die perfekte Stadt hast. Daraufhin arbeite ich jetzt. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter. Ich überlege jetzt, ob ich noch eine Brücke machen soll oder ob ich schon einen Durchgang nach oben machen soll. Keine gute Frage. Oh, die Melinda ist müde. Die will ich doch jetzt nicht stören. Dabei wollte ich jetzt gerade zu ihr. Position ändern. Hm, aber nicht schlecht. Das sollte ich im Winter immer demnächst machen, wenn alles soweit ist. Bauen, Aufgang bauen, Abreisen. Was ist Aufgang bauen? Das frage ich mich jetzt eigentlich gerade. Ich denke fast, dass ich nochmal eine Brücke mache, glaube ich. Aufgang heißt, dass man nach oben kommt. Dann gehen wir nach oben. Eine Brücke, glaube ich. So, Melinda, ich muss dich leider mal stören. So, eine Bewohner Sache, nein, eine Inselmelodie, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. So, dann gucken wir mal. So, gucken wir mal ganz kurz, wie das hier funktioniert, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal diese. Wie machbar das denn? Ah, okay. D. Jetzt noch kleine Buchstaben. Okay, und dann wird es wahrscheinlich nicht aus. Irgendwie muss man die Buchstaben doch klein machen können, oder? Nehmen wir mal das hier zum Beispiel. Das gibt es da gar nicht mal. Gar nicht mal. Das ist von der anderen Seite, ich schau das. Es gibt das B nicht. Ja. 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 Schade, ich wollte es mal in der Stadt oder die mal probieren, wo ich jetzt hier ausgesucht habe, aber ich sehe jetzt gerade, dass es die Buchstaben davon gar nicht gibt. Traurig. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wie ich jetzt mal. Wie ich glaube ich mir auch die kleinen Buchstaben machen kann. Wie ich mir auch noch die kleinen Buchstaben machen kann. Ja, ich glaube, wir wissen, wie das funktioniert. Jetzt wird ein weiterer Knopf drücken. Hm, das geht nicht. Hä? Was ist denn das? Geht das nicht? Die Wiedergabe. Dann probieren wir es mal aus, wie wir jetzt hier daran denken mit den Buchstaben, weil die nicht kleingeschrieben sind. Ah, die gibt es nicht, die Buchstaben, obwohl das hier zum neuesten Teil gehört. Warte, das geht. Vielleicht mal gucken nach den Inselmenotinen. Jawohl, 2000 gleich. Sehr schön. So, da habe ich das auch schon mal. Jeden Tag auf der Insel, ja. Gucken wir mal nach dem neuen Lied. Dann bringen wir mal kurz schnell die Brücke an. Hm, Nintendo Switch gibt es hier wieder. Alter Kuchen. Okay, dann habe ich das auch schon mal, das Lied. So, was haben wir denn noch? Genau, die Frisuren sind noch sehr wichtig. Genau, am Spiegel kann man die Frisuren ändern. Und nochmal schöne Haarfarben, die weitere Haarfarben finde ich immer gut. So, dann schauen wir mal, wo wir die Brücke hinbauen. Aber ich habe eigentlich schon die Stelle, wo ich sie gern hinbauen möchte. Aber hier wollte ich noch einen Übergang machen. Das wäre dann der letzte Übergang, den wir dann machen würden. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, das passt. So, dann haben wir die nächste Brücke jetzt. Die letzte Brücke. Und danach kommen die durch die Ausgänger, oder wie das da heißt. Und dann kommen die Brücke hinbauen. So, dann machen wir das mal. Natürlich, sonst wäre die Brücke ja niemals fertig. Irgendwann müsste hier noch die Flasche liegen. Aber man bekommt auch einen Goldteil, wenn man 30 mal Gulliver hilft. Aber auch noch irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr was. Das habe ich jetzt ganz vergessen noch zu sagen. Ah, hier haben wir noch was schönes. Tausend Sterne Sack, der mal am Tag kriegt. Und Geldbäume kann man soweit ich weiß noch machen, indem man da wieder einen Geldsack einpflanzt. Nur dann geht das. Ah ja, hier haben wir die Flasche. Und auf so einem Steck fängt man den Thunfisch. Der Thunfisch ist soweit ich weiß rund um die Uhr da. Ein Pumarang. Cool. So, hier habe ich meinen Leuchtturm. Ah, hier haben wir ihn ja. Cool, hier war müssen wir jetzt finden. Jetzt kann ich euch mal zeigen wie das funktioniert. Weil ich das ja im einen Part nur erklärt habe. So, man muss natürlich mal mit ansprechen, damit er aufwacht. So, jetzt müssen wir für ihn nicht diese Sache nämlich suchen. Ah, jetzt erzählt er gerade wie er hergekommen ist. So, so ein Fernsprecher ist nämlich kaputt und das muss ich die Fernsprecherteile nämlich finden. Jetzt, wo ich es nämlich gerade hatte von den Goldteilen, liegt plötzlich Guileva am Strand. So, jetzt kann ich euch mal zeigen wie man diese Teile findet. So, jetzt kann ich euch mal zeigen wie man diese Teile findet. So, die Teile findet bei dem man da wo die auskommen findet bei den Teile. So, da war noch irgendwo was. So, da war noch irgendwo was. Ah, ich höre das ja irgendwas aus dem... Ah, hier. Es sind aber nicht alles Fernsprecherteile. Wer es sieht, gibt es auch mal ab und zu die Muschel. Aber das passiert eigentlich eher seltener. Ah, hier war doch irgendwas. Wo ist denn jetzt hin? So, dann haben wir schon das zweite Fernsprecherteile. So, Nummer 3. So, eins fehlt noch, wenn ich das richtig gezählt habe. So, eins fehlt noch, wenn ich das richtig gezählt habe. Ups. Nein. Ja, wer wird eine Muschel? Und hier haben wir das letzte. Und hier haben wir das letzte. So, das sind meine Gansprecherteile. Kommt, hey, ihr Süßen. So, alle Teile sind wieder ordentlich reingequickt. So, die Sardinen. So, jetzt werden sie ihn abholen. Ja, ich freue mich schon, wenn ich ihn oft gerettet habe. So, meine lieben Zuschauer. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht im nächsten Part, dann schaltet gerne ein. Ich freue mich. Bis denn.